Der Sommer steht vor der Tür, dementsprechend ist man mal wieder viel unterwegs, fährt viel Auto und was muss man immer wieder den Medien entnehmen? Kinder oder Tiere, die im Auto aufgrund von Verdurstungen oder Erstickens versterben und da sie immer wieder über Stunden alleine gelassen werden. Und da muss ich ganz ehrlich mal was sagen, an alle die draußen, die sowas machen, geht gar nicht. Geht gar nicht. Das geht unter keinen Umständen. Was ich da einfach nur sagen möchte, weder kleine Kinder noch Haustiere darf man bei diesem heißen Wetter draußen alleine lassen. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Kleine Kinder oder auch Haustiere können bei diesen extremen Temperaturen, wenn sie über einen längeren Zeitraum ohne Flüssigkeit und allem im Auto sind, können die versterben. Da sollten sich diese Leute, die immer wieder kleine Kinder und Haustiere im Auto lassen, bewusst sein, dass selbige versterben können. Ja, das möchte ich damit einfach nur sagen. Und ganz ehrlich, Eltern, die ihre kleinen Kinder im Auto bei der Hitze sterben lassen, denen gehört sofort der Prozess gemacht und die gehören sofort in die Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Ganz ehrlich, denen sollte sofort der Prozess gemacht werden. Wenn Eltern ihre Kinder oder Haustiere bei der Hitze allein im Auto lassen und die Kinder und Tiere daraufhin versterben, den Haltern bzw. Eltern sollte da wirklich ein Prozess gemacht werden. Und an alle Passanten, die so etwas sehen, dass ein Tier oder ein Kind bei so einer Hitze im Auto ist, sofort in den Stein nehmen, das Fenster einschlagen und Kind bzw. Tier dort rausholen. Den Passanten kann keiner eine Anklage machen, weil das ist wirklich, das ist Notstand. Und sollten das die Passanten nicht machen, ist das sogar eine unterlassene Hilfeleistung. Also, liebe Passanten, die so etwas sehen, nehmt einfach einen Stein und schlagt das Fenster ein. Damit macht ihr alles richtig und dafür kann euch auch keiner, kein Richter hier in der Bundesrepublik Deutschland verurteilen. Ja, das war mal meine Ansage. Teilt das Video gerne. Das ist wichtig, dass die Leute das sehen. Und schreibt doch sehr gerne einen Kommentar, was ihr über dieses Thema denkt.